In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und so begann unsere Reise. 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 Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shiva's Dominos. Und auch nur den Dominos. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Wir gehen los. Ja. Wach auf, Waiwan. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. Bewegung, Waiwan! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verdammt! Bewegung! Bewegung! Gerade rechtzeitig. Bewegung! Bist du? 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 issiere! Bist du? Bist du? Die Eisernen sind wahre Bestien. Wenn's so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominos gar nicht. Was? Zu den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Harve, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Almekia sich im Krieg der Zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominos hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominos haben? Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr dann? Wenn wir diese Festung aufgeben... ...haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also... ...bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Gib acht. Gib der Löwe etwa acht, wenn er Hasen jagt. Oder zweifelst du an meiner Kraft. Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Dann schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Und? Worauf warten wir? Auf ihn hier. Los, geh vor. Heils. Spürt ihr das auch? Titan. Die Dalmika wollten sich wohl nicht länger abschlafen. Hast du... ... und sieh an, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt. ... und sieh an, wer sich noch an... ... und sieh an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wer behandelt so sein eigen fleisch und blut ich weiß was kann er denn dafür nicht jeder kann der phoenix sein gehen wir ja Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück. Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser. Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Riese Toral, aufhören. Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr. Euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Tor, geil! Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Das mir ja kein Kristall verloren geht. Hm? Hier, bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Habe ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn... Wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran. Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Ja. Die Pflicht ruft, mein Gutes ruft, mein Gutes ruft, mein Gutes ruft, mein Gutes ruft. So schön ruhig hier, oder? Da ist Joshua! Clive, ich... Du hast Angst vorm Krieg? Die Soldaten vertrauen auf die Macht des Phönix. Und ich weiß nicht, ob ich das schaff. Keine Sorge, Joshua. Vater wird dich führen. Und ich werde dich beschützen. Immer. Ich weiß. Danke, Clive. Ist das klar? Über die Kraft des Phönix verfügt nur Joshua. Nur er allein. Nichts zustoßen. Ihr seid nicht so anwohlen. Viel Glück. 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 Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lasst diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden. Nach Porti-Solde. Verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir's zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönix-Tor. Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen. Wie ist der Brauch verlangt? Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins sind der Stillwindmarsch. Davon hab ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Dann schließt ihr auf zum Phönix-Tor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst. Damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Ich kaufe die Flultur, dass ich dir wiederf��ime mit euch auf Channel freue panству. Ich werde euch nichtямet, dass die Flüchtlinge weiter sat chilli. So fahrenember die Flucht her Report vor. Ich werde euch doch nicht mehr bei uns auf der Karenисle. Alle Müheuer Market nutzen. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. Vier Tage. Vielleicht fünf. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Erwin! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Thrones. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Erwin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner Jungen, 15 Jahre, ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwähnt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz. Eine Schande für uns. So wie ich. Mein Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Media beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Es geht bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild. Mit dem Segen des Phönix. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Keine Sorge. Du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Viel Glück! Freunde, wir reiten zum Phönix-Tor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feiervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus. Öffnet das Tor. Lord Rossfield, erlaubt mir, euer Reit hier zum Phönix-Tor zu bringen. Danke. 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 Wir sind bereit, Mjord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Mjord. Wie ihr befehlt. Brechen wir auf. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Das ist ein Lapschiff. Und das ist ein Lapschiff. Das ist ein Lapschiff. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden acht. Ja, aber nicht nur den. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020